Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ihr seht richtig, Call of Duty ist wieder dabei. Ihr wolltet es, ihr kriegt es. Dann seht ihr halt, wie wir am laufenden beim Sterben. Aber wir freuen uns. Manni ist der Truppanführer. Und dann schauen wir mal, wo er uns hintruppt. Am besten hin, wo nichts ist, weißt du? Sehr gut. Ihr merkt, wir haben geübt. Bako und Sia sind auch dabei. Und ich bin der Uwe. Ich bin auch dabei. Irgendjemand hat schon rausgesprungen. Springen. Ich hab doch gesagt, springen hier. Runway. Hä? Was Runway? Ich hab gar nichts gehört. Könnt ihr ja nachdenken. Ja, aber du hast auch nicht gepinkt, nichts. Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wenn man pinkt. Wo ist denn Runway? Lass mal hier. Das geht gut los. Lass mal einfach hier runter. Hier sind schon Flugzeuge. Wer das will, also ich weiß nicht. Das Primärziel ist, alle Feinde auszuschalten. Angriff. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Wer ist denn tot? Hä? Ich. Oh. Keine Ahnung. In der Luft. Wurde ich schon abgeschossen. Beim Runtersegeln. Du verlierst an Wohl. Bewegung. Dein Teammitglied hat versagt und bist nicht mehr bei uns. Oh. Jetzt brauchen wir Kohle. Wir sind in der Sicherheitszone. Gleich müssen wir kämpfen. Hier ist ein leichtes MG. Wo ist denn so ein Ding? Was kostet der Spaß denn? 3.000? Wir haben 4.000. hier sind. Da ist eine Versorgungsstation. Aber ähm. Muss das einer haben oder? Ja. Man kann das irgendwie abgeben. Wir können jetzt ein Weg dahin vielleicht immer ein bisschen. Oh. Hier waren aber schon welche. Hm. Ich habe hier eine MP. Hier kommt der Parcours angesegelt. Hi. Hier ist das. Will das jemand haben? Ein ruhiges Plätzchen erwischt hier. Der bleibt ja nicht so verkehrt. Ist das nicht so verkehrt? Das stimmt. Also ein bisschen näher an Höhe gewinnen. Hallo. Guten Tag. Wohin? Sia, bleib mal ein bisschen hier. Ist ja nicht so weit vor. Guck mal hier auf dem Schild. Halt! Halt! Stopp! Wo? Ich wollte in die Karte reinzoomen. Alte Ablicksangewohnheit. Wo seid ihr? Wie zoomt man denn hier, Mann? Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Hier unten ist einer. Hier unten ist einer. Wo? Hier unter mir. Hier unten. Hier unten. Wer ist hier unten lang gelaufen? Wohin? Welche Richtung? Ach da. Da. Wie pingst du? Wie pingst du? Wie pingst du? Steuerkreuz hoch. Und hier hinten. 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 Finde im Gebiet. Finde im Gebiet. Finde im Gebiet. Bewegung. Denkt ihr wirklich? Ich hab einen Scharfschösschen gesehen. Wir sind in der Sicherheitszone. Gleich müssen wir kämpfen. Was ist der Plan? Überleben. Geiler Plan. Ich bin dabei. Wir sind ja immer noch im Ring hier, ist das Gute. Ich bin unterwegs. Komm mal hin. Wo ist hier? Die Treppen hoch. Bin unterwegs. Feinde im Gebiet. Wo? Bin unterwegs. Die Treppen hoch. Die Treppen hoch. Die Treppen hoch. Okay, hier sind ein Gegner. Find dein Gebiet! Ich bin unterwegs. Hast du jemanden gesehen? Klingt normal. Ja, aber. Find dein Gebiet! Ja. Jetzt ist er hier drin gewesen gerade. Wo kann man mich? Na, jetzt sehen Sie ihn. Ich bin unterwegs. Jetzt habe ich ihn einmal auf dem Appel gezogen. Da ist er, kommt gleich. Oben drauf ist auch einer. Von hinten, von hinten. Ja, ich bin komplett down. Oh, ich bin direkt durch die Nase. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Ich bin raus. Ich bin zurück zur Basis mit dir. Ah, ist ja knapp. Dein Team kann für deine Befreiung bezahlen, wenn das Geld reicht. Was? Du hattest übrigens beim Nachladen noch 88 Schuss. Das hat sich angefühlt, dass so leer wäre so. So hat sich das angefühlt. Ja, ja. Ja, die Waffe war leichter, weißt du. Markiere Wegpunkt-Koordinaten. Jetzt wird alles verschauen andern. Jetzt kommen wir. Mann, ihr bitte ansagen. Okay. Ping kannst du auf oben. Okay. Also Ping. Du bist Truppstuhl. Was würdest du hier sagen? So oder vor. Ich hab Penn. Das ist unsere Arztrumszone. Mühe Leitmache. Oder lieber hier außen, ne? Irgendwo. Hier so. Einzgeschlafen ist. Bis dahin. Das ist unsere Arztrumszone. Mühe Leitmache. Und versuchen, es da gleiten. Auf drei. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Der hat doch rausgesprungen. Ja. Ah. Da. Oh. schießt da schon jemand auf uns bei mir ist doch schief gelaufen was ist bei dir denn jetzt schon wieder schief gelaufen keine ahnung ich war plötzlich am booten der berg war das primär ziel ist alle feinde auszuschalten ich wollte um den berg rum aber hat nicht geklopft was sagst du ja siehst du die kiste nicht ey das ist mir schon rotfinte wo ich das machen boah kein oh gegner hier wo fing ich habe ihn richtig gut erwischt nur falsch war noch einer da kämpfe dich raus um zur front zurückzukehren wenn du verlierst bist du erledigt es ist zeitsoldat mach sie fertig splittergranate in die fresse blendgranate geworfen dein team kann für deine befreiung bezahlen wenn das geld reicht ich komme jetzt gerade versorgungsstation sieht gut aus 49 mitschaf auch ein fahrzeug das ist Paco ja das ist Paco ich habe geschossen ich habe geschossen ich bin jetzt tot ich auch was was war das für ein kugelhagel auf einmal ich bin auch tot im auto was bei dir ist hier bitte du sitzt dran ja sauber oh stop nein stop nein schade manne unsere hoffnung das ist von stein 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 Das nächste Mal wird es anders laufen und jetzt zurück zur Wagen. Jetzt aber. Jetzt kommen wir. Platz 23, wir kommen. Männer guckt mit, wo sollen wir landen? Ähm, Sia ist. Sia denkt gerade noch auf Karte gucken und oben Steuerkreuz ist Pink. Arsenal dahin? Ja, würde ich sagen. Dann sagt man wir rausspringen. In 3, 7, los! Hier ist ein Gegner. Seht ihr den? Ja. Wir fliegen auch dahin. Sollen wir in dieses Gebäude? Das erste Gebäude hier? Das hier, wo du auch gepinkt hast? Ja. Auf mich wurde geschossen in der Luft. Töte alle Ziele. Los! 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 Seid ihr auch im Gebäude? Hm. Hm. Ich bin jetzt drin? Das Gas ist hier auf den Fersen. Hier ist ein leichtes Verfinnengewehr. Wir sind in der Sicherheitszone. Auf Feinde aufpassen. Ich habe ein Schärfschützengewehr. Ich habe ein Schärfschützengewehr. Feinde landen im Einsatzgebiet. Bei mir ist das Spiel hängen geblieben. Was? Aber jetzt geht es wieder. Was ist da los? Wo? Alter, ich habe gleich gecheckt, wo der Sank ist. Ich wurde ausgeschaltet. Ah ja, ich wurde vom Flugzeug ausgeschaltet. Wo bist du? Ich war auf dem Dach. Das ist der Gulag. Überlebe, dann darfst du wieder in den Alltag. Vom Flugzeug aus hat er mich weggenommen. Weggenommen. Richtig frech. Zeit für einen Kampf. Aufgepasst Soldat, du bist dran. Hier kommt irgendwas. Oh. Ich habe eine Ahnung. Bei mir, bei mir, bei mir. Fuck. Kämpfe dich raus, um zur Front zu holen. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Der läuft hier mit einer Scream-Maske rum. Ja, keine Chance, Alter. Mann, ey. Macht keinen Sinn. Bezahlen, wenn das Geld reicht. Haben wir uns schon außerhalb geklopft? Ich habe hier außerhalb schon ein paar mitbekommen. Ich habe hier zu fragen. Ich habe hier außerhalb. Ich habe hier gehört. Ich habe hier mehr von dem Geld ausgebaut. Nie versuche ich hier. Ich habe hier anderen generally geberht. Ich habe hier unten schäuert. Ich habe hier unten. Ich habe hier unten. Ich habe hier unten gefangen. Ich habe hier unten. Er sagt, er lernt aus der Niederlage und wachst dabei. Wir lernen aus der Niederlage, wir wachsen dabei und überlegt euch, ob es wirklich das ist, was ihr gewollt habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.